Die Strategie 2030 des SRK setzt sich aus fünf Stoßrichtungen zusammen. Die wichtigsten Zielsetzungen sind die Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb des SRK und mit externen Partnern, die bessere Integration der Rotkreuz-Rettungsorganisationen im SRK und eine aktivere Rolle im freiwilligen Rettungswesen, die Nutzung der Digitalisierung, um noch besser für unsere Zielgruppen da zu sein, die gemeinsame Entwicklung und Gestaltung unserer Angebote zusammen mit unserem Zielpublikum und unseren Freiwilligen, die Befähigung unserer Zielgruppen, sich selbst und anderen zu helfen, die Verbesserung der Wirkungsmessung, indem wir unsere Angebote in regelmäßigen Abständen überprüfen und, wo nötig, anpassen und schließlich die bessere Nutzung der Synergien zwischen In- und Ausland. Für diese Ziele setzen wir uns ein, damit wir auch morgen mit voller Kraft für Menschen in Not da sein können.